freuen wir uns einfach auf ein gutes spiel gute generalprobe auch wenn es immer heißt wenn die daneben geht dann klappt das erste spiel aber uns wäre es natürlich lieb wenn der ksc heute einfach schon mal so ein bisschen lust und laune macht dann auf die neue zweitliga saison alle gäste in der hälfte des ksc und da kommt wieder cremaldi zusammen mit seinem mitspieler der 27 de ville jetzt mal der schöne flankenwechsel und da hat sich heise im rücken durchgeschlichen so durchgestochen und dann kommt hier die flanke aber daniel batz ist da draußen erst mal abgeblockt heise versucht ihn da noch mal reinzuschieben kaufmann mit der brust aber mit dem rücken zum tor noch ein bisschen zu langsam cremaldi mit dem fehler und scheu mit dem schuss sehr schön gemacht da war der batz hier schon in bester da war man hier unterwegs auch saarbrücken offensiv mal präsent gewesen aber das hat sich ein bisschen geändert jetzt vielleicht mal die mit dem tor damit es hier weiter 0 0 steht und da ist er wieder gersi die krake der jetzt mal im zentrum marschiert und mal ein schuss ja warum denn nicht abgefälscht von kaufmann aber jetzt hat man mal gesehen hofmann einmal zurückgekommen wirklich glaube ich das erste mal lange ball auf jung finde ich auch gut gemacht von jung dass er da direkt startet und jetzt soll es über die rechte seite gehen kaufmann mit der flanke rein nee sollte es torschuss wenn ich weiß es nicht aber es war knapp wenn könnte man rausnehmen ich weiß es nicht jetzt ist auch halbzeit 0 zu 0 so der ksc von rechts nach links von uns aus gesehen mit dem eröffnungsball auf den kopf von hoppy der kann da ablegen aber saarbrücken mit batz im ballbesitz aus der zweiten reihe verzögert bedient hier heise aber wird gestellt von galle aber heise noch mal da sind jetzt ein bisschen turbulent batmatz möglichkeit ja richtig neues geläubt das wird gut achtung fast ein tor hier von galle der spielt pässe die sind eigentlich so einfach und so logisch und kommen dann natürlich auch an aber da musste erst mal platz machen jetzt aber mal batmatz ist allein auf den torwart und könnte schießen legt aber ab auf hofmann und da war man hatte mir und das erste tor jawohl endlich ist der ball im netz kobalt mit hofmann weit aufgerückt jetzt hier die beiden innenverteidiger kota mal schön hier in den raum gestartet dreht sich um sich selbst legt nochmal ab auf joy da zündet er mit links zwei drei meter über den kasten und so ein bisschen tut mir da jetzt der lasar mirkovic leid das hätte jetzt hier aber klingeln können also großchance noch mal schön gespielt auf schleusender klasse das muss es sein damit ist das spiel vorbei batmatz applaudiert den fans der ks gewinnt seine generalprobe mit 1 zu 0 gegen den ersten fc sauerbrücken wichtig war dass die jungs null gehalten haben dass sie ja glaube ich auf einen gegner getroffen sind der sehr ambitioniert ist eine liga darunter der sonst gerade im offensivspiel extrem schwer gemacht hat indem sie uns die kugel komplett überlassen haben ich glaube dass teile davon vielleicht auch nächste woche auf uns zukommen könnten und ja da war ich mit der geduld mit der art und weise des passspiels zufrieden mit der entschlossenheit und der zielstrebigkeit dann vorm tor haben wir sicherlich luft nach oben ich glaube dass wir im zentrum da bin ich nach wie vor der meinung ganz gut aufgestellt sind wenn ich heute auch gesehen habe wenn wir noch draußen hatten und wer gespielt hat ich glaube dass wir auf der zentralen innenverteidiger position sicherlich die größte priorität haben weil uns da mit david pisseau mit kevin wimmer dirk harlsson der das punktuell auch schon mal gespielt hat und spielen hätte können vielleicht mal als als backup haben wir extrem viel quantität verloren auch neben qualität und da gilt es glaube ich den kader zu kompetieren